Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Titanfall 2. Wir spielen den Kopfgeldjägerjagd Modus, Kopfgeldjagd, richtig. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet hat. Supportet das Ganze und wie ihr seht geht die Action direkt los. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Zusehen. Holy moly, das war aber schnell. Oh shit. Oh Gott, ich muss wieder zielen lernen. Wo sind sie denn? Direkt sehr genau. Okay. Jawoll. Shit. Schau mal gut an, wollte ich sagen. Egal. Irgendwohin musste ich ja. Das ist ja nie der richtige Weg. Deswegen, hey, was geht? Okay. Wo-i-wo-i. Waka-wo-li. Oh, haben wir noch geschafft. Gerade so. Die Sausachsabe. Da oben. Okay, das geht schnell. Oh, ich hab noch zwei. Schnell rein damit. Juhu, Jackball. Nein, Quatsch. Okay. Das steckt doch hier irgendwo, oder? Holung hat die Ratte rum. Nummer eins. Oh. Der war ein bisschen groß. Shit. Ah, ärgerlich. Ich hab noch den Boost mit rausgehauen. Wer jetzt hier am Arsch der Welt anfangen. Jodeli, hodeli. Hat der Glück, oder hat der Glück? Nachladen. Okay. 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 Fuss. Oh. Oh. Burn, motherfucker, burn. Oh, no. Ich hab's überlebt. Oh, statt. Alles klar. Ach, nein. Oh, nein. von so ein platt gemacht ich glaube es nicht doch von einem anderen die er ist wieder zurück mit sagen umschreibenden drei kilds und ich kann mich nur noch mal für entschuldigen ich habe selber gemerkt dass in den aufnahmen davor bei battlefield und so fall das rauschen drin war ich konnte mir nicht erklären deswegen habe ich jetzt wieder ein paar gelöscht bis hier wenn es mal kommt dann kommt es dicke reicht ja nicht nur dass ich kein internet hatte dann hat er noch was an meinen einstellungen komischerweise nicht mehr gestimmt obwohl ich nichts geändert habe aber hey aber das sind ja keine richtigen warum ist richtiger russet piloten abwehr geschützt hat ich hatte gehofft dass wir ein teilten ok 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 k k k k k k k k Ziele lernen wieder, mein Freund. Ach, Quatsch doch nicht, ey. Das gibt's nicht. Vor allen Dingen habe ich keinen Titan. Das ist doch wirklich viel Betrug, oder? Wow, wow, wow. Da waren wir beide geschockt, ja? Ich habe aber noch keinen Titan. Mensch, ist doch zum Mäuse melken hier. Oh, shit. Äh, was denn das für ein Horse? Äh, ist der jetzt gemutet, oder nicht? Mister, ich habe eine große Fresse und rede schmatzenderweise in Z-Z. Ja, ja. Das war doch klar, ey. Oh, je, oh, je. Hä? Warum habe ich denn keinen Titan? Okay. Okay, ist vollidiot. Jo, auf jeden Fall. Aber hast du auch recht? Kann ich mal? Und rein ins Gefecht, würde ich mal sagen. Jo, als ob... Oh, shit, Mann. Ja, auf jeden Fall musste ich wegen dieser Störung, bin ich jetzt dabei, alle wieder neu aufzunehmen. Die Folgen, die ich eigentlich schon hatte, von Titanfall Battlefield. Na. Schade, hätte man ja fast gehabt. Oh, machen wir es halt so und holen ihn uns, oder? Jungs, was meint ihr? Kriegt jetzt sein Fett weg. Okay. Ich will vielleicht... Oh, Mann. Geist davor, Riff. Verbreiht, Kai, Kai! Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Yo, 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 alles klar. Okay. Shit! Ah, schade, schade, das war echt ein Feind des Jahrhunderts. Gehen wir lieber nach da. Das war definitiv ein Feind. Oder? Jo, haben wir. So, nun kommt mal damit zurecht. Das ist die Frage, wo gehen wir am besten hin? Das ist sozusagen die Frage des Jahrhunderts. Ich hole mich hier aber selber raus, ey. Nein! Hallo! Dann mache ich den Piloten so schön weg, ey. Was ist das Geschenk dafür? Ja. Ach, Mann! Weil der Penner davor steht, kam es nicht rein, ey. Ach, ist doch kacke! Das ist doch ganz großer Mist. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm. Ja. Wie viele Punkte habe ich? Ja, obwohl das war nicht in Ordnung. Also 1000 Punkte hätten drin sein müssen. Auch wenn man verliert. So, hier ist unsere Abwurfszone. Das war da oben einer? Nein, das waren nur Blätter. Ja. Evakuierungschef eingetroffen. Das ist ihre einzige Chance. So. Aktiviere Volkmodus. Aktiviere Wachmodus. Suche nach feindlichen Einheiten. Jo, haben wir geschafft. Ja, wenigstens etwas. Okay. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Das freut mich sehr. Supportet das weiterhin. Hauen Sie rein.